Vielen Dank, dass ihr uns auch diesmal wieder in eurem Podcatcher begrüßt. Herzlich willkommen zu Event Rookie Folge 33. Hi Simon. Wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, guten Mittag. Das war so ein Spruch von der Truman Show, oder? Richtig. Das war echt noch gut. Aber trotzdem, wunderschönen guten Tag, alle Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen. Wir hoffen, ihr habt wieder zahlreich eingeschaltet zu einer weiteren Folge des Event Rookie Podcast. Der Podcast für Veranstaltungstechniker. Bäm, 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 bäm. Boah, du bist so richtig Radiomoderator-mäßig unterwegs. Vielleicht sollte ich das werden, ja. Vielleicht lasse ich das mit der Veranstaltungstechnik. Sieht ja eh gerade mau aus und werde Radiomoderator. Da muss man mich auch nicht angucken. Das wahrscheinlich für die meisten denken sich zum Glück. Und dann fange ich an, guten Morgen, lila Laune Bär zu sein. Ja, wir haben uns mit dem Podcast schon das richtige Medium rausgesucht. Ja. Und beim Print ist auch die Fotos von uns überschaubar. Ja, das stimmt. Nur ich muss wieder vorne immer mein Gesicht reinhalten. Ja, aber du bringst ja immer ein bisschen Kunst mit rein. Das ist richtig. Ich finde es immer noch faszinierend, dass seitdem es uns gibt, und das ist jetzt mittlerweile seit 2011, gab es ja keine einzige Ausgabe, wo ich es nicht hingekriegt habe, ein Graffiti-Foto von mir zu machen für das Editorial. Das finde ich cool. Das freut mich total. Ich bin jetzt gespannt, ob einer der Hörer so kleinlich ist, zu sagen, nee, bei den Festivals, nee, Quatsch, bei den Sonderheften. Bei den Sonderheften, ja. Da ist eben was voll seriös. Ja, das stimmt. Naja, vielleicht sollte ich das da auch ändern. Immer nur noch so ein Quatsch-Foto. Da muss man ganz hier die ins Theater sprühen. Es gibt aber wirklich, es gibt, ich weiß nur nicht mehr, in welchem Theater das war oder in welcher Oper, gibt es einen eisernen Vorhang, der total hübsch gestaltet ist. Der ist total cool. Der gefällt mir. Da war ich irgendwann mal zu einer Reportage. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube, es war in Zürich. Aber ich will mich da jetzt nicht festlegen, sonst kriege ich hier wieder einen Shitstorm ab. Ich kriege heute wahrscheinlich eh noch ganz viele Shitstorms ab, weil wir heute heikle Themen haben. Ja, aber fangen wir erst mal mit den hoffentlich Positiven an. Bei dir denn alle gesund? Ja, alle wohlauf, alle gesund. Genau, da, wo ich wohne, da dürfen meine Kinder ja auch schon wieder seit Längerem in die Kita gehen. Und auch da ist nichts passiert. Und genau, also es geht back auf, würde ich sagen. Sehr schön. Und selber? Ja, auch alle wohlauf, ja. Der weitere Verwandtenkreis, der schwächelt ein bisschen, gerade die etwas ältere Generation. Wobei man da jetzt auch nicht Corona für verantwortlich machen kann, sondern das sind wahrscheinlich überwiegend Alterserscheinungen. Ja. Aber Kind ist gesund, Frau ist gesund, ich bin gesund. Sommer lässt momentan ein bisschen auf sich warten, wobei heute ein sehr warmer Tag ist bei uns. Ja. Aber gut, ja, also langsam kommen wir auch in Richtung, wo es eigentlich wild um Festivals gehen würde. Oh ja. Aber so ist es ja noch nicht. Krankheit und Multiplikatoren, wie sich das verbreitet, ist ja durchaus immer noch ein Thema. Also der Multiplikator wird ja immer noch gut beobachtet. Ja, genau, also dieser R-Wert ist ja nach wie vor in aller Munde. Ja. Ja, das ist eigentlich auch schon das Erste. Also was heißt, das ist ja kein richtiges Thema, aber das habe ich mir so in meinem kleinen verrückten Kopf überlegt. Das ist echt eine blöde Zeit. Ich habe zu viel Zeit zum Nachdenken und komme auf verrückte Ideen. Nein, und zwar geht es darum, wie gesagt, gerade durch dieses ganze Corona-Thema ist ja der Begriff des exponentiellen Wachstums ja erstens, glaube ich, jetzt bei den meisten angekommen, beziehungsweise in aller Munde und wurde auch immer wieder darüber diskutiert und so weiter. Und das ist ja im Endeffekt auch dieser R-Wert oder so ähnlich zumindest, der immer noch vom Robert-Koch-Institut und von weiteren anderen Instituten herangezogen wird, um zu schauen, ja, wie sich die Lage weiterentwickelt. Und da habe ich mir überlegt, dass ich da eigentlich total gerne mal ein kleines Experiment draus machen würde, um wirklich auch dieses exponentielle Wachstum ja am eigenen Leibe zu erspüren, beziehungsweise selber zu merken, was das eigentlich bedeutet. Und wir haben ja jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viele Zuhörer mittlerweile, zumindest in meinem Verständnis von Podcasts und so weiter, bin ich total glücklich darüber, dass wir wirklich schon im vierstelligen Zuhörerbereich sind. Jetzt habe ich mir überlegt, es wäre doch total witzig, mal mit dieser Folge sozusagen das exponentielle Wachstum ja sozusagen selber mal zu erproben. Und deswegen fordere ich jetzt unsere Zuhörer mal dazu auf oder bitte sie, dass jeder, der diesen Podcast hört, zwei weiteren Personen von dieser einen Folge hier erzählt und die bittet ebenfalls, den Podcast zu hören. Und dann wiederum müssen diese Personen, die den dann natürlich hören, auch wiederum zwei Personen Bescheid sagen, die auch diesen Podcast bitte hören, egal ob auf iTunes oder auf unserer Webseite www.eventrookie.de oder bei Spotify oder bei podcast.de oder welchen Podcatcher es noch alles gibt, den ich jetzt leider Gottes vergessen habe. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert, nachdem diese Folge draußen ist, weil wir können natürlich auch wirklich nachverfolgen, wie viele Leute hören uns, wann hören sie uns und so weiter. Und ich fände es mal total witzig zu sehen, wie entwickeln sich die Zuhörerzahlen, wenn man wirklich davon ausgeht, dass jeder, der den Podcast hier hört, zwei weiteren Leuten Bescheid sagt, die ihn auch hören sollen. Ja, ich finde die spannendsten Zahlen sind eigentlich immer zum einen, oder was heißt Zahlen, aber Statistiken, aus welchem Land kommen die Hörer und welches Medium haben sie benutzt, also welches Betriebssystem, welche, also ob mobil oder stationäres Betriebssystem und wie das halt so aufgeteilt ist, finde ich teilweise sehr faszinierend. Ja, also ich finde es auch wirklich total cool anzugucken, wo quasi der Podcast gehört wird. Das können wir natürlich auch alles nachvollziehen. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, dass, wenn ich zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal oder so, da kann man ja quasi die Spotify-Folge und seinen Kanal da in der Story mit verlinken und so weiter. Wenn man das macht, sieht man plötzlich, dass wirklich bei Spotify die Zuhörerzahlen nach oben gehen. Und das finde ich auch immer sehr spannend zu sehen, wo hört ihr eigentlich unseren Podcast. Aber wie gesagt, für das Experiment mit dem exponentiellen Wachstum ist es vollkommen egal, wo ihr es hört. Hauptsache jeder, der es hört, sagt zwei weiteren Leuten Bescheid. Und dann geben wir das nächste Mal, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, was wahrscheinlich so Ende Juli sein wird, Anfang August, schauen wir dann einfach mal, was dann rausgekommen ist, was da für Zahlen präsentiert werden. Und ich hoffe, dass es sehr, sehr hohe Zahlen sind. Ich bin mal gespannt, vielleicht kommen wir in die Millionen. Weil, wie gesagt, wenn jeder wirklich zwei Leuten Bescheid sagt, dann kann das ganz schön durch die Decke gehen. Und da bin ich mal gespannt. Vielleicht kommen wir bei iTunes auf Platz 1 oder bei Spotify oder überall. Vielleicht werden wir ins Weiße Haus eingeladen. Mich erinnert das so ein bisschen an die Telefonlawine von den drei Fragezeichen. Kennst du das noch? Nein. Also drei Fragezeichen. Hörspiel ist ja, also gibt es immer noch, aber die meisten Folgen sind ja entstanden, als das Internet noch kein Thema war. Also die waren stolz auf ihren Anrufbeantworter. Und die haben, wenn sie quasi nach Hinweisen gesucht haben, hat auch jeder von den fünf Freunde angerufen und quasi erzählt, was sie wissen wollen. Und die haben dann auch wieder fünf. Und dann durften halt immer die Nummer weitergeben. Und so haben die ganz häufig Informationen bekommen. Ah. Ja, genau so habe ich mir das auch überlegt. Nur so. Müssen wir nur noch unser Podcast-Studio in einem alten Wohnwagen, der unter Schrott begraben ist, installieren, dann ... Ist es doch. Ach so, ist es doch. Ach du wieder. Schrott-Sammler. Alter Schrotti. Naja, genau. So, das ist zumindest meine Überlegung zum Thema exponentielles Wachstum. Und das ist ja im Endeffekt eigentlich auch eine gute Überleitung zu unserem ersten Podcast-Thema. Nämlich natürlich, wie soll es anders sein, das Thema, ja, Coronavirus-Auswirkungen des Viruses auf unsere Branche. Ich hatte ja jetzt schon das ein oder andere, ja, Streaming-Vergnügen im Internet bei Live-Talks und so weiter. Und da natürlich auch häufig aus der Sicht des Medienvertreters, wo natürlich auch häufig auch die Frage einfach aufkam, ja, okay, wie geht ihr mit der Situation um? Und wie geht ihr auf die ganze Situation ein? Und ja, Grundtenor bei mir ist eigentlich ganz oft, dass das Problem einfach ist, dass dadurch, dass wir ein Printmagazin sind und alle anderthalb Monate rauskommen, ist es relativ schwierig, auf aktuelle Ereignisse einzugehen. Weil einfach die Zeit dann, ja, es passiert so viel. Ich kann jetzt nicht über irgendetwas reden, was dann in anderthalb Monaten vielleicht nicht mehr der Wahrheit entspricht. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz spannend, wenn man sowas wie hier unseren Podcast dazu nutzt, um genau über solche Themen zu reden. Und ja, es ist ja auch viel, viel passiert in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, gerade in unserer Branche. Und genau, darüber würden wir gerne einfach mal ein bisschen reden. Und ja, vielleicht macht der Joel einfach den Anfang und erzählt mal, wie er so diese ganze Krise, Krisenmanagement, Aktion und so weiter so wahrgenommen hat. Ja, wie du schon gesagt hast, es aktualisiert sich ja ständig so. Also ich habe jetzt gesehen, ich bin seit über 90 Tagen mehr oder weniger im Homeoffice. Also Wochenende und Feiertag und so, alles mit reingezählt. Also wirklich nur den Tag hochgezählt. Und ich sehe es ja auch an den To-Dos, wenn ich Kunden anrufen will. Also ich mache halt dann To-Dos, die irgendwann in der Zukunft liegen und schreibe halt dann rein so, ja, vielleicht ist ja jetzt alles vorbei, jetzt mal wieder anrufen. Und es ist halt einfach nicht vorbei. Und ich weiß, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo der Moment war, wo ich wirklich realisiert habe, okay, das wird wahrscheinlich mindestens das ganze Jahr dauern. Weiß ich nicht mehr genau, aber ich weiß, dass ich eine ziemliche Zeit lang gedacht habe, so ja, okay, ein, zwei Monate jetzt mal und dann geht es wieder weiter. Und so ist es halt einfach nicht. Ja, ich glaube, das war sogar zu dem Zeitpunkt, wo wir uns das letzte Mal in Natura quasi gesehen haben, nämlich zu unserer Heftabgabe für die Ausgabe 3 2020. Da war ich ja quasi im Büro. Also da waren wir alle noch im Büro. Und das war so, das war Anfang März. Das war so die Zeit, wo das langsam aufkam und hoch schwappte und ja, jeder sich so ein bisschen Gedanken gemacht hatte. Und da hat man natürlich auch schon über das Thema gesprochen. Und ich weiß auch noch, dass man da mit vielen Leuten auch telefoniert hat, gesprochen hat und auch gesagt hat, ach naja, komm, ProLight wird wahrscheinlich verschoben, aber die wird dann irgendwie Ende Mai stattfinden. Und wenn man sich so die Zahlen in China und so anguckt, das war ja damals noch so, da ging die dann langsam wieder zurück. Und das waren so zwei Monate, wo man selber noch gesagt hat, naja, das wird jetzt hier zwei Monate dauern. Dann ist das Ding durchgelutscht und dann kann es auch wieder weitergehen. Aber wie du schon sagtest, so dieser Moment, wo dann eigentlich einem selber schon bewusst war, okay, das wird irgendwie doch länger, als man hätte gedacht. Das weiß ich auch nicht mehr, wann das genau war, aber wahrscheinlich so, ja, spätestens als eine Bundesregierung gesagt hat, okay, Großveranstaltungen sind bis Ende August definitiv abgesagt. Ich glaube, das war so der Moment, wo man sich selber dachte, okay, jetzt wird es dann doch langsam ein bisschen haarig. Das war etwas, was man sich früher nicht vorstellen konnte. Also es gab ja am Anfang auch die Aussagen, die machen das nicht länger als zwei Monate, das ist wirtschaftlich gar nicht möglich und so weiter und so fort. Und es hat ja auch wirtschaftliche Konsequenzen. Ja, definitiv. Kommen wir nachher. Beim nächsten Thema kann ich da auch noch mal was zu sagen, aber es ist halt wirklich, ja, wir sind alle betroffen. Wir sind nicht die einzige Branche, die betroffen ist. Ja. Schwierig ist halt, an Information zu kommen, wie man denn an Hilfe kommt, ob es überhaupt Hilfe gibt. Es ist halt, ich meine, auch für die Politiker, muss man ja fairerweise sagen, ist das das erste Mal die Situation. Also klar muss man ihnen irgendwie Zeit geben, sich zu sondieren und Dinge zu entscheiden, aber dann muss gefühlt halt auch irgendwie was passieren, dass man weiß, woran man ist. Und ja, ich weiß nicht, wie da der Austausch stattfindet, dass halt auch wirklich auch klar ist, welche Problematiken es dann gibt. Ja, ja, also wie gesagt, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, was ich eben schon gesagt hatte, von wegen, dass jetzt wahrscheinlich der große Shitstorm auf mich einschießen wird, weil das ist natürlich ein sehr, sehr heikles Thema, wo man sich eigentlich mehr oder weniger auf die eine oder die andere Seite so ein bisschen stellen muss. Und ich habe da echt so zu manchen Sachen einfach so ein differenziertes, ja, so einen differenzierten Blick oder eine andere Meinung, weil ich hatte auch heute erst wieder zwei, drei Telefonate mit Anzeigenkunden von uns und eigentlich ja auch wirklich mittlerweile guten Freunden. Und das Problem ist halt natürlich, klar, gibt es ganz, ganz viele Unternehmen und gerade auch die Solo-Selbstständigen und so weiter, die auch Hilfe brauchen. Die Frage ist halt einfach nur, wie weit will man denn noch diese ganzen finanziellen Hilfen aufrechterhalten und noch weitermachen und noch mehr? Ich meine, ich persönlich bin halt der Meinung, das hilft am Ende des Tages, bringt das das Problem ja nicht beiseite. Und irgendwann muss es ja mal wieder anfangen, dass man auch selber sein Geld verdient, weil sonst, ja, kann man, wie gesagt, auch eine Hilfe für den Rest seines Lebens beantragen, was auch Quatsch ist. Ich persönlich bin der Meinung, dass definitiv irgendwie ein bisschen mehr passieren muss aus der Politik, dass aber vor allem meiner Meinung nach mehr in die Richtung, wann geht es weiter, wie ist der Fahrplan? Das finde ich so für mich persönlich und auch für unsere Kunden oder beziehungsweise die ganze Branche eigentlich das Schlimmste, dass keiner so richtig weiß, okay, wann geht es weiter, wie geht es weiter, womit geht es weiter? Oder diese ganzen Schreien nach, wir brauchen Hilfe und noch mehr Geld und hier noch einen Kredit und da noch irgendwie eine Überbrückung, das, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, finde ich irgendwie ein bisschen leicht gemacht oder wie auch immer, aber ich persönlich bin halt echt der Meinung, wenn man erstmal schon mal einen Fahrplan hätte und wenn es wirklich heißt, okay, ab Anfang September, die Zahlen sind gut, da können wir das wirklich machen. Und wenn man auf ein Konzert mit einer Maske geht, dann ist es halt so, aber das ist halt so das Problem, was ich sehe, dass man so gar keine Planungssicherheit und gar keine Perspektive hat. Das ist meiner Meinung nach auch einfach das, was langsamer gelöst werden muss, dass man halt wirklich weiß, okay, was kann ich machen und was nicht. Und in vielen Bereichen wird gesagt, okay, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, dann Maskenpflicht, wie gesagt, bei Konzerten und so weiter würde es ja auch gehen. Man muss ja jetzt in einem Club oder so ist das natürlich nochmal was anderes, aber auf einem Konzert wäre es meiner Meinung nach ja auch kein Problem, entweder Abstandsregelungen irgendwie einzuhalten oder aber wenigstens wirklich eine Maskenpflicht einzuführen. Und ich glaube, damit wären vielen, vielen Leuten schon geholfen oder auch die ganze Messewirtschaft und so weiter. Auch da bin ich der Meinung, ist es total easy umsetzbar, Abstandsregeln einzuhalten beziehungsweise Maskenpflicht auch zu verhängen und so weiter. Aber wie gesagt, da muss halt mal was kommen, wo gesagt wird, okay, das und das ist möglich unter den und den Voraussetzungen, weil komischerweise klappt es in anderen Regionen ja auch. Also bei der Luftfahrt ist es halt auch kein Problem, dass man in den Flieger steigt und da irgendwie relativ dicht gedrängt aneinander sitzt, auch wenn natürlich die Fluggesellschaften immer wieder behaupten, dass sie das beste Klimasystem der Erde haben. Trotzdem sehe ich das Ganze ein bisschen kritisch und auch bei einem Gottesdienst, der relativ schnell erlaubt wurde. Auch wenn ich jedem gönne, natürlich seine religiöse Freiheit irgendwie auszuleben und seinen Glauben auszuleben, das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber einem kleinen Theater zu sagen, okay, hört zu, ihr müsst so krasse Richtlinien irgendwie aufstellen, dass es für ein Theater wirtschaftlich gar nicht machbar ist. Aber ein Gottesdienst darf stattfinden. Ja, das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das ist halt das Problem, was meiner Meinung nach zurzeit halt vorherrscht, dass man einfach diese Perspektivlosigkeit sozusagen hat, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Aber jetzt immer nur nach Hilfen und nach Finanzen zu rufen, ja, wie gesagt, sehe ich halt ein bisschen kritisch. Ja, ich glaube, da spielen zwei Themen rein. Zum einen schwingt mit bei allen irgendwie die Angst vor der zweiten Welle. Und das andere ist aber, wie du schon gesagt hast, das nicht nachvollziehen können, wie denn, wo Entscheidungen getroffen werden. Warum kann ein Kino nicht öffnen, das vielleicht theoretisch nur jede zweite Reihe und jeden zweiten Platz verkaufen könnte? Ein Friseur, der aber an deinem Kopf rumfummelt, darf aber aufmachen. Ja. Also, da ist die Verhältnismäßigkeit nicht klar. Und ja, wie gesagt, die zweite Welle ist halt auch das Thema. Ja, es ist beängstigend, dass eine zweite Welle kommen könnte und das Ganze nochmal nach hinten katapultieren würde. Aber das ist sowas, was über uns schwebt. Aber es gibt ja überall Lockerungen. Statt man halt sagt, so okay, Leute, oder dass man von Anfang an gesagt hat, so okay, wir ziehen das jetzt hier wirklich strikt durch. Von mir aus, ihr habt jetzt zwei Wochen, um euch nochmal mit Vorräten einzudecken, ganz normal einzukaufen. Und dann macht man das hier mal wirklich kompakt und schaut, dass man wirklich die Kurve richtig, richtig flach kriegt. Aber es gibt halt überall immer Sonderlösungen, dann auch von Bundesland zu Bundesland eben andere Lösungen. Du hast ja gesagt, deine Kinder sind schon wieder in der Kita. In anderen Bundesländern, ja, fängt es jetzt auch langsam an. Aber es ist halt zeitlich nicht parallel. Und es ist alles schwer nachzuvollziehen. Also warum hat man nicht gesagt, so okay, jetzt macht man mal wirklich, fährt man komplett runter mit Vorbereitungen. So Leute, wir, wir, und danach hat man dann den Fahrplan und sagt so, okay, wenn wir uns jetzt alle dran halten und hier zwei, drei Wochen zu Hause bleiben, was wir ja eh gemacht haben, nur halt mit Lockerung, dann kann man danach auch wieder hochfahren. Aber das ist halt nicht passiert. Nee, das, also das Ding ist halt auch, ich frage mich halt mittlerweile, wie, wie soll es weitergehen, beziehungsweise wie wollen sie aus dieser Spirale wieder rauskommen? Weil, wie gesagt, ich wohne in Dresden, das bedeutet in Sachsen, die relativ früh mit Maskenpflicht und alles Mögliche angefangen haben, aber auch relativ früh wieder angefangen haben, vieles zu ermöglichen. Und wie gesagt, Kitas sind wieder offen für alle Beteiligten, zwar unter ein paar Voraussetzungen, aber trotzdem die Kinder, da kannst du halt nichts mit Abstandsregeln und so weiter machen. Es ist sehr, sehr vieles möglich und die Zahlen gehen trotzdem kontinuierlich nach unten, beziehungsweise sie steigen halt nicht und das jetzt wirklich seit drei, vier Wochen. So, da frage ich mich einfach, wann kommt so der Schritt, wo gesagt wird, okay, wir haben jetzt ganz, ganz viel gelockert, es ist eigentlich nichts passiert, also können wir jetzt auch wieder anfangen, Großveranstaltungen stattfinden zu lassen oder auch, wie gesagt, erstmal kleinere Veranstaltungen und so weiter, weil, wie gesagt, wenn die Zahlen nicht steigen, worauf wird dann noch gewartet? Das ist halt das, was ich persönlich jetzt nicht so ganz verstehe. Ich meine, ich möchte hier auch ganz klar feststellen, dass ich weder Virologe noch Arzt noch sonst was bin. Also alles, was ich hier von mir gebe, ist meine einfach nur persönliche Meinung, ohne da jetzt zu sagen, dass das die, ja, das Allheilmittel ist oder irgendwas oder irgendwelche Verschwörungen hier hervorrufen möchte und sonst irgendwas. Nur wie gesagt, das Ding ist halt, und das hat ja zum Beispiel auch ein Herr Lieberberg gesagt, der ja nun wirklich einer der großen Veranstalter hier in unserem Land ist und das war das, was ich persönlich für mich auch schon vor langer, langer Zeit gesagt habe, dass es vielleicht auch einfach mal so ein, ich sage jetzt mal, Testkonzert geben müsste, dass man sagt, okay, man macht hier ein großes Konzert für, was weiß ich, 10.000 Menschen. Jeder verpflichtet sich vorher, seine Daten anzugeben. Jeder verpflichtet sich danach, was weiß ich, für zwei Wochen in Quarantäne zu gehen. Das kann man jetzt in Sommerferien oder so oder wie auch immer sehr gut machen. So, und dann kann man das Infektionsverhalten ja nachvollziehen beziehungsweise auch diese Großdemonstrationen, die es jetzt in vielen, vielen Städten in Deutschland gab, wo man natürlich auch sagen muss, hey, war wichtig, war gut, also zumindest dieses Rassismus-Thema, ohne das jetzt aufzubauschen, aber für sowas auf die Straße gehen ist immer gut, lohnt sich, definitiv, aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, es waren halt 10.000, 20.000, glaube ich, in München, 25.000 in Berlin oder was weiß ich. Umgekehrt, ja. So, wenn danach, oder so, aber wenn danach jetzt die Zahlen nicht extrem explodieren, dann frage ich mich, okay, ja, wann geht es denn dann weiter, wenn das sozusagen jetzt nicht viel ausgelöst hat? Auch wenn es Open Air war, ich sage ja nicht, dass man jetzt irgendwie in eine Lanxess Arena 20.000 Menschen reinprügelt und guckt, was da passiert, aber Open Airs könnten ja dann wieder stattfinden, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, das ist das, was ich sage, einen Fahrplan haben wäre, glaube ich, schon einem Großteil der Branche extrem mitgeholfen, wenn man einfach weiß, okay, ich kann jetzt langsam wieder anfangen zu planen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass selbst, wenn sich jetzt eine Bundesregierung Anfang August hinstellt und sagt, okay, ab Ende August ist alles wieder erlaubt. So schnell geht es halt nicht. Also große Events brauchen halt eine Vorlaufzeit von zwei, drei Monaten oder noch länger. Also bedeutet das auf gut Deutsch gesagt, es würde danach immer noch nicht sofort wieder losgehen. Und das ist das, wo ich sage, hey, dafür lohnt es sich, auf die Straße zu gehen und dafür lohnt es sich irgendwie, ja, Aktionen zu starten, dass wenigstens eine Perspektive da ist. Ja, und das ist halt so das, wo ich sage, darauf würde ich persönlich warten und hoffen, dass da was kommt. Aber ja, bis jetzt sieht es da noch nicht danach aus, dass da irgendwas oder dass unsere Branche da so wahrgenommen wird. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie hast du denn das Gefühl, wird die Branche in der Politik wahrgenommen? Oder wer kommuniziert da überhaupt? Ich glaube, das ist das große Problem. Und das ist halt auch das, meiner Meinung nach, ich sage immer, ne, meiner Meinung nach, was nach dieser ganzen Krisensituation auch unbedingt geändert werden muss. Dass wir halt wirklich eine extrem große Branche sind, wenn man diesen Rattenschwanz mal bis ganz weit runter nimmt, dann sind wir über, ich weiß gar nicht, welche Zahlen jetzt aktuell sind, aber mindestens über 1,2, 1,3 Millionen Arbeitnehmer. Umsatz von mehreren oder zumindest deutlich über 100 Milliarden Euro im Jahr. Das sind halt einfach Zahlen, die sind extrem hoch. Also wir sind keine kleine Nischenbranche mehr. Wir sind auch keine Schausteller. Wir sind Veranstaltungstechnikbranche. Wir sind Caterer. Es sind Messedienstleister, Theaterangestellte und, und, und. Und trotzdem haben wir da, wo die oberen politischen Entscheidungen gemacht werden, niemanden sitzen, der für uns einsteht, niemanden, der da eine Lobbyarbeit macht oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist das große Problem, was wir aktuell einfach haben und was im Nachgang wirklich, ja, geändert werden muss. Und das bringt jetzt gerade nichts groß, da auf den Zug aufzuspringen, weil, wie gesagt, zurzeit ist es da in Berlin nicht so, dass man uns da groß wahrnimmt als Branche. Wie gesagt, zumindest habe ich so das Gefühl und das Problem. Und wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema, da kommt ein Shitstorm auf mich zu. Finde ich persönlich, was ich mitkriege, so dieser ganzen Verbandsarbeit und so weiter. Es gibt viele Verbände bei uns in unserem Bereich, aber so eine gemeinsame Aktion, eine gemeinsame Linie zu fahren, das vermisse ich komplett, weil da macht jeder so ein bisschen was und jeder versucht was. Und es gibt auch tolle, neu entstandene Initiativen, die aber irgendwo trotzdem alle im Sande verlaufen, weil, wie gesagt, wir in meinen Augen nicht wirklich als so große, professionell aufgestellte Branche wahrgenommen werden. Und es gibt natürlich viele tolle Aktionen, die gestartet werden, aber auch das ist für mich, ja, fast schon Strohfeuermäßig. Da gibt es hier irgendwas, was auf Facebook geteilt wird, hier irgendwas, wo Häuser beleuchtet werden, dann gibt es hier mal eine Demonstration, dann gibt es da mal was. Aber es gibt halt nicht so dieses eine gemeinsame, wir machen jetzt ein großes Ding und machen mal richtig Radau, damit man uns wahrnimmt, sondern es gibt viele kleine Sachen. Ja, wie gesagt, die meiner Meinung nach aber irgendwo ein bisschen im Sande verlaufen, weil dadurch wird man auch nicht mehr oder weniger wahrgenommen von hohen politischen Entscheidungsträgern, sondern da kommt es halt darauf an, wir brauchen jemanden, der für unsere Werte und für unsere Forderungen einsteht, im politischen Oberhaus sozusagen. Und ja, wie gesagt, das ist alles schön und gut. Wir machen auch viele Aktionen als Event-Rookie mit, weil ich denke, okay, das ist auch gut, wenn man so ein Zeichen setzt. Aber ich glaube auch nicht, dass das so wahrgenommen wird von oberen Entscheidungsträgern, dass sich dadurch irgendetwas ändern wird. Und wenn man dann noch fast ja schon angefeindet wird, wenn man manche Aktionen vielleicht nicht direkt unterstützt oder teilnimmt oder die halt bei uns auf unseren Instagram, Facebook und Twitter-Kanälen breitträgt, wenn man dann fast schon wieder so ein bisschen, ja, mehr oder weniger böse angestupst wird, so von dem Motto, ja, jetzt macht doch mal und ihr seid doch hier großes Branchenmagazin, dann, finde ich, geht das irgendwie, ja, an der Thematik vorbei. Weil entweder wir halten jetzt alle mal zusammen und dann heißt es aber auch über seinen Schatten springen und einfach den Mitbewerb mal Mitbewerb sein lassen und nicht darüber diskutieren, nee, dass wir jetzt zwar irgendwas machen, aber dann möchte ich den nicht dabei haben und dann möchte ich den nicht dabei haben. Das ist halt Fehl am Platze. Und wie gesagt, vielleicht hilft es ja, dass man einfach wirklich mal eine große Aktion auf die Beine stellt, wo jeder mit dabei ist und ja, ohne irgendwelche, ich sage jetzt mal blöd gesagt, Mimositäten. Ja. Diesbezüglich auch noch mal ganz kurz, also danach darfst du auch gerne, damit ich hier keinen Monolog mache, ich war ja zum Beispiel, das hatten wir auch auf Facebook geteilt bei einer Demonstration in Dresden, die auch meiner Meinung nach echt gut war. Da waren zwar, ich hätte mir gewünscht, dass mehr Leute da sind, auch mehr Veranstaltungstechniker, Veranstaltungstechnikfirmen und so weiter. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch froh, dass es nicht ganz so viele geworden sind, damit man halt nicht irgendwo in Probleme kommt, und dass man Abstandsregeln nicht mehr einhalten kann. Aber auch da zum Beispiel ist mir halt aufgefallen, und das ist halt das, wo ich sage, wenn man was macht, dann muss man von vorne bis hinten das ordentlich machen. Weil wenn unterschiedliche Redner auf einer Bühne sind und ja, es geht ein Mikrofon von dem einen zum anderen, ohne dass das zwischendurch desinfiziert wird, oder auch es laufen Leute lang, die halt keinen Mundschutz anhaben, haben, das sind böse gesagt genau die Bilder, die dann irgendwelche Pressevertreter mit vier Buchstaben oder so dann natürlich nutzen, um zu sagen, naja, die machen zwar was, aber ich glaube, die Branche hat noch nicht verstanden, dass man halt ganz schön viele Hygieneregeln einhalten muss, und deswegen darf halt auch nichts aufgemacht werden, oder irgendwie sowas. Deswegen hoffe ich halt, dass wenn man solche Aktionen macht, die total super sind und total gut sind, und die auch wirklich medial viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen können, dass man dann aber auch wirklich sich vorher komplett damit befasst, was muss ich beachten, worauf muss ich achten, Abstandsregeln, Hygieneregeln, wie gesagt, Personenanzahlen limitieren und so weiter. Das ist halt was, wo ich denke, hey, wenn man das aber alles macht, dann könnte so eine Aktion halt wirklich einfach mal ein großes Ding sein. So, wie siehst du das, lieber Joel? Ja, ich glaube, dass es halt in vielen Leuten wirklich so drin ist, ist, dass sie zwar mit anderen Departments zusammenarbeiten, aber wenn jemand denselben Themenbereich hat wie man selber, dann ist es halt ein Mitbewerber oder Konkurrenz. Und da über seinen Schatten zu springen, weil es halt jetzt einfach notwendig ist, ist für viele halt schwer. Und da ist halt dann auch die Frage, wer startet, wer zieht mit? Warum darf der starten und nicht ich? So, es sind halt viele Befindlichkeiten. Und zum anderen ist halt ein Mittel, um gut auf sich aufmerksam zu machen, schon von jeher der Streik gewesen, fällt halt jetzt auch aus, weil es eh nichts zu tun gibt. Kann man auch nicht die Arbeit niederlegen. Es funktioniert halt auch nicht. Es ist wirklich eine schwierige Situation. Ja, also was heißt, es bringt nichts, die Arbeit niederzulegen. Ich finde, da sind wir halt wieder bei, auch vor allem beim Thema Solidarität und gemeinsam zusammenhalten und so weiter. Weil natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, die Arbeit niederzulegen, weil jede Pressekonferenz einer Bundeskanzlerin, jedes, ja, jeder Auftritt von Politikern und so weiter wird ja trotzdem von Veranstaltungstechnikern umgesetzt. Also es gibt da trotzdem Lichttechniker, es gibt trotzdem Kameramänner, es gibt trotzdem Tontechniker, die sich um die Mikrofonie kümmern und so weiter. Und ganz ehrlich, zumindest war das mein Empfinden ganz am Anfang, wenn jetzt wirklich alle solidarisch miteinander wären und sagen würden, okay, wir müssen gerettet werden und wir müssen irgendwie was erreichen, dann wäre das zum Beispiel halt einfach mal eine Aktion, wo ich sage, hey, das hätte wirklich mal Aufmerksamkeit, wenn, ja, wie gesagt, eine Bundeskanzlerin oder wer auch immer im Dunkeln sitzt und kein Mikrofon funktioniert und vielleicht auch kein Kamerabild rausgeschickt wird oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist dann die Solidarität da halt dann wiederum nicht so groß, weil, klar, das sind auch Arbeitsplätze, das ist im Endeffekt mehr oder weniger Arbeitsverweigerung. Trotzdem, wenn es alle machen würden, dann wäre es halt auch schwierig, da irgendwie alle komplett rauszuschmeißen. Aber ja, man sieht es auch an manchen Theatern und so weiter, die Leute, die wirklich ihren festen Sitz haben, ihre feste Stelle haben und auf relativ wenig Einbußen auch zurückgreifen müssen beziehungsweise davon gar nicht so betroffen sind, da ist es dann halt doch wiederum nicht so, dass da alle an einem Strang ziehen und sagen, hey, jetzt machen wir mal eine große Aktion, die wirklich, ja, einfach mal bedeutet, Licht aus, Kamera aus, Audio aus und jetzt gucken wir mal, was passiert. Das wäre meiner Meinung nach wirklich was, was einfach mal einen totalen Bohai auslösen würde. Aber wie gesagt, da muss man über seinen Schatten springen und einfach sagen, hey, Solidarität und so weiter. Und wie du schon gesagt hattest, so dieses ganze Mitbewerberding, natürlich ist es schwierig und natürlich ist es auch schwierig, einen Kopf reinzukriegen. Ich persönlich bin da wirklich sehr, sehr fasziniert und erstaunt über die Medienlandschaft, weil natürlich stehen wir auch in Mitbewerb mit vielen anderen Medien und trotzdem ist es mittlerweile wirklich so, dass, wie gesagt, ich bei einem Live-Talk mit Marcel Kurt vom Production Partner war oder ich einen Live-Talk mit Markus Wilmsmann vom Mother Grid mache und wir auch mit dem Event-Elevator mittlerweile echt relativ eng zusammenarbeiten und uns da gegenseitig unterstützen oder auch vom Jan Scholten, der Stage 223. Das sind halt einfach so Dinge, wo man sagt, okay, hey, wir sind zwar eigentlich Mitbewerber, aber trotzdem gucken wir, dass wir irgendwie coole Aktionen machen, die weit tragend sind und wo wir einfach uns gegenseitig auch helfen und unterstützen können. Und wie gesagt, sowas halt mal so komplett in die breite Masse zu tragen, das fände ich echt toll. Und wie gesagt, ich finde es gut und ich fände es auch schön, wenn sowas irgendwie weiterhin passiert und getan wird, aber ich glaube, ohne geht halt nicht. Wenn man trotzdem immer noch guckt, so von wegen, ach, na ja, wenn der jetzt aber dabei ist, dann kriegt der vielleicht mehr Aufmerksamkeit als ich, ja, dann ist es irgendwie doof. Stimme zu, werfe aber mit rein, dass es bei den Medien halt auch so ist, dass auch wenn wir alle über dieselbe Branche schreiben, ja doch irgendwie jeder seine Nische bedient. Und da jeder für sich sagen kann, okay, ich unterscheide mich so weit vom anderen, dass, ja, okay, wir haben bestimmt Überschneidungen bei den Kunden, aber wir haben genug Alleinstellungsmerkmale, dass wir da an einem Strang ziehen können. Vielleicht ist das das Problem, was die tatsächliche Veranstaltungsbranche hat, dass man halt sagt, okay, wenn ich das Licht nicht mache, dann macht halt jemand anders genauso gut. Ja, ja, das ist, also wie gesagt, warum, wieso, weshalb und so weiter, das sind klar zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das kann natürlich auch sein, dass es wirklich daran ist, dass wirklich jeder von uns dieses, wie du sagtest, Alleinstellungsmerkmal oder unterschiedliche Leser und Follower schafft und so weiter hat. Wie gesagt, wie man da jetzt rauskommt, was man macht und so weiter, es ist schwierig zu sagen. Wie gesagt, Grund her nur für mich persönlich ist, jede Aktion ist zwar lieb und gut, aber es ist mir in letzter Zeit halt einfach, es sind so viele einzelne Sachen, die da irgendwie aufeinander einprallen und man hat ja mittlerweile schon fast keine Lust mehr, irgendwie auf Facebook zu gucken, weil dann doch irgendwie, ja, immer wieder was Neues ist, was man teilen könnte, was man machen könnte, was man unterstützen könnte und ja, es ist halt irgendwie meiner Meinung nach schwierig. Es gibt halt nicht so die klassische Lobby. Ja, genau das meine ich ja. Das ist halt das Problem. Das ist halt wirklich nicht, nicht so diesen einen gibt, der macht, okay, so und so sieht's aus und wie gesagt, und da sind wir wieder beim Thema Verbände. So eine Sache wie, was weiß ich, diese Demo in Dresden oder irgendwie so eine Sache, dass halt Häuser beleuchtet werden. Ich verstehe nicht, warum sowas nicht einfach mal von einem Verband kommt, sondern dass das wirklich immer alles von privaten Leuten beziehungsweise von Unternehmen aus der Branche sozusagen realisiert wird und gemacht wird. Das sind eigentlich Sachen, wo ich sage, hey, das müsste doch eigentlich eure Idee sein. Ihr müsst doch diejenigen sein, die sagen, hey, komm, wir machen das jetzt und wir, wie gesagt, und wenn wir alle zusammen irgendwie nach Berlin vor den Reichstag fahren und da irgendwas machen, wie gesagt, ein Attila Hillmann oder irgendjemand von den Verschwörungstheorien, denke ich an, kriegt's ja auch hin. Warum kriegen wir das nicht hin, wenn wir für was Gutes einstehen oder für unsere Rechte sozusagen? Aber wie gesagt, das ist, ja, es ist einfach eine komplett schwierige Situation und das ist halt wirklich was, wo ich hoffe, dass sich das im Nachgang dann vielleicht einfach ändert und ja, dass da vielleicht so die Leere draus gezogen wird. Aber ich kann natürlich auch komplett falsch stehen. Also ich bin wirklich eine Person, die sehr gerne sich, ja, Kritik annimmt und sich dazu äußert und in Diskussionen mit Leuten einsteigt. Also wie gesagt, es kann auch sein, dass ich da in meinem kleinen Kosmos so komplett an der Realität vorbeigehe. Deswegen geht gerne in Kontakt mit uns, redet mit uns, schreibt uns an und dann können wir da gerne drüber quatschen, auch gerne in einem Podcast oder so oder in einem Live-Talk, dass man da einfach direkt darüber philosophiert und diskutiert, was jetzt gut ist, was schlecht ist, was man machen sollte und was nicht. Weil wie gesagt, da, das ist für mich auch so das Wichtige, dass diese Branche halt auch miteinander einfach redet und da guckt, dass man Lösungen findet und zwar, ja, in einer gemeinsamen Art und Weise. Genau und konstruktiv. Also jetzt nicht kommen und sagen, nee, warum habt ihr mich nicht gefragt, sondern aufzeigen quasi, hier, ich hätte was zu dem Thema zu sagen, die und die Punkte, so können wir gerne mal im Podcast drüber sprechen, dann freuen wir uns und nicht so, hättet ihr mich mal gefragt, dann. Ja, genau, dann wäre alles anders gewesen. Dann wäre Corona nie da gewesen. Genau, ja, Corona ist nun mal da und so langsam spüren wir das auch bei den Reportagen, also jetzt im aktuellen Heft, was, wenn ihr den Podcast brandaktuell, wenn er rauskommt, hört, dann Ende der Woche erscheint, was schon bestellbar ist. Da haben wir den Cirque du Soleil und das war tatsächlich eine Reportage, die so gerade an der, an der Grenze war. Also, ich war noch vor Ort, ich habe noch mit den Technikern gesprochen, ich sollte mir ein paar Tage später die Show angucken und das hat dann schon nicht mehr stattgefunden. Mit viel hin und her, mit Show absagen, dann Show findet doch wieder statt, mit weniger Leuten und so weiter und so fort. Letztlich hat sie dann nicht stattgefunden und, ja, als die Reportage dann fertig war, war es auch so, dass, ich glaube, ich glaube 95 Prozent, ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau, der Belegschaft gekündigt wurde und das waren über 4000 Leute. Jetzt nicht für die eine Show, sondern für das, ja, für den Cirque du Soleil im Gesamten. Aber richtig gekündigt, also, okay, da gibt es wahrscheinlich keinen Kurzarbeit oder irgendwas, sondern ganz oder gar nicht. Ich glaube, das ist in den USA beziehungsweise, ich glaube, Cirque kommt ja aus Kanada, glaube ich, das Problem, dass man da entweder, man wird halt gekündigt und dann wird man halt zwei Monate später wieder eingestellt. Aber so Kurzarbeit oder irgendwas, die gibt es da, glaube ich, halt nicht und das ist da wahrscheinlich das Problem. aber es sind natürlich Zahlen und so, die da schon wirklich erschreckend sind, weil Cirque du Soleil kennt, glaube ich, so gut wie jeder und ja, gerade so eine Tournee dann auch, wenn die dann plötzlich abgebrochen werden muss, das ist natürlich echt, echt hart, aber ja, weil du schon angesprochen hast, das Thema Reportage und so weiter, ich bin wirklich froh, dass wir für die nächsten Ausgaben immer noch ein paar Reportagen von schönen Konzerten und so weiter oder Shows haben. natürlich gehen wir auch auf die aktuellen Thematiken ein, gerade in der nächsten Ausgabe werden wir einiges über Streaming-Veranstaltungen und so weiter bringen, aber trotzdem ist es gut, dass man auch immer noch so die alte Welt vor Corona sozusagen mit darstellen kann und ich glaube, so eine Cirque-Geschichte, das ist halt gerade vom technischen Aufwand her nochmal echt interessant, aber gab es da irgendwas, weil du warst ja selber vor Ort, wo du sagst, okay, das fand ich jetzt vor allem da ganz special interessant, weil das vielleicht da war und woanders gab es das noch nie? Also zum einen hatte ich mit den Leuten vor Ort ja sogar über ihre Arbeitsverträge gesprochen und nichts ahnend, dass sie ihren Job dann bald verlieren würden und da ist es so quasi, dass du einen Vertrag hast, solange es deine Show gibt. Also quasi hier die Totem-Show, wo ich war, die lief jetzt seit zehn Jahren und wenn man Lust hat, kann man diese Show dann zehn Jahre begleiten. Man kann sich auch innerhalb des Zirkus an einer anderen Stelle bewerben und kriegt halt dann einen neuen Arbeitsvertrag, aber so wäre eigentlich das Vorgehen gewesen, solange diese Show läuft, hast du auch einen Job. So, jetzt läuft diese Show nicht mehr, deswegen war es wahrscheinlich nicht mal schwer, die Leute zu kündigen. Also natürlich emotional schwer, aber um aus dem Vertrag rauszukommen, sollte es keine Schwierigkeit gewesen sein, weil die Show halt beendet war. Ja. Ja, okay, auf der anderen Seite hast du halt natürlich extreme Sicherheit, ja, solange die Show halt läuft und bei den Cirque du Soleil Shows, die laufen halt einfach mal fast ein Leben lang. Ja. Da ist es dann natürlich echt eine Sicherheit, ja, die man, die man natürlich gerne, gerne nimmt. Absolut. Und sonst, ja, war es sehr, sehr interessant. Ich glaube, Zirkus ist immer ein bisschen eine andere Welt als eine normale Show, sag ich mal. Da gab es viele, viele Eigenbauten, die sehr interessant waren. Also von ferngesteuerten Kanus zu, zu Jonglierbällen, die sich aber über das Mischpult die LEDs in den Bällen steuern lassen konnten. Okay. Ich fand aber faszinierend, das Thema Ersatzteile dort anzusprechen. Die hatten zum Beispiel einen 3D-Drucker vor Ort und konnten dann quasi, wenn was kaputt gegangen ist, konnten die sich das quasi als 3D-Modell nachbauen und konnten das drucken. So, jetzt weiß ich nicht, ob das für normale Konzerte, da ist es bestimmt auch wieder ein TÜV-Thema so, weil Plastik kann ja wahrscheinlich eher brechen. Ich weiß nicht, wie hitzebeständig das ist. Aber die haben das halt einfach so gemacht. Also zum einen haben die wohl, sie haben es, glaube ich, Buch genannt. Ich weiß nicht, ob es ein Buch oder eine Datenbank ist. Die sammeln Erfahrung in den Städten quasi, wenn sie was brauchen, wo sie es denn gefunden haben. Also und wenn es nur im Bauhaus ist, so quasi hier ist die Adresse vom Bauhaus, da kannst du Holz kaufen. Aber die sammeln quasi über die Jahre in jeder Stadt Ansprechpartner, die ihnen was besorgen können und geben dieses Wissen auch an die anderen Shows weiter. Und sie haben, wie gesagt, den 3D-Drucker, um sich selber auch mal aushelfen zu können, wenn was fehlt. Und das ist so ein Thema, da hatte ich mir vorher noch nie so groß Gedanken drüber gemacht. Wie komme ich denn, wenn ich unterwegs bin, an meine Ersatzteile? Ja, na vor allem glaube ich, dass es bei denen wahrscheinlich auch extrem wichtig ist, weil die ja wirklich auch viele, viele Sachen selber bauen. Also ich glaube nicht, dass die dich jetzt irgendwie in Goborad für ein Moving Light oder ähnliches aus dem 3D-Drucker rauslassen. Aber es ist natürlich, wie du schon sagtest, eine Aufgabe, wenn man so ein großes Unternehmen ist, mit Shows rund um die Welt und man baut viele Dinge selber, die wahrscheinlich auch alle irgendwo im Headquarter in Montreal entstehen. Wenn davon dann natürlich auf der Tour irgendwas kaputt geht, dann kann man nicht schnell sagen, ja hier, liefer mir mal, was weiß ich, das Zahnrad für das und das Bühnenteil, weil das brauche ich jetzt gerade. Und das ist natürlich extrem interessant, da dann auf die Idee zu kommen, hey, wir nehmen uns einen 3D-Drucker mit, dann können wir zumindest erstmal übergangsweise die Show weiterfahren, wir können alles reparieren eigentlich, was wir wollen, bis dann das richtige Teil sozusagen wiederkommt. Und das ist natürlich ja extrem interessant. Ja, zumal das Ganze ja auch wirklich sehr wartungsintensiv ist, weil wie gesagt, die Show war zehn Jahre unterwegs und man hat es auch an der Technik gemerkt, also die sah jetzt nicht alt aus oder so, aber es war halt einfach ein Pult zum Beispiel für den Ton, was vor zehn Jahren aktuell war und was halt immer noch genutzt wurde. Also das heißt, wenn eine neue Show entwickelt wird, dann nehmen sie das, was gerade State of Yard ist, so, das wird aber nicht über die Jahre aktualisiert, sondern es wird halt gepflegt, in Stand gehalten, aber wenn die Show erstmal so konzipiert ist, dann bleibt die erstmal so. Was ja aber auch irgendwo echt cool ist, weil ich sage mal, es ist ja auch häufig so, dass das gerade in unserer Branche so das Thema Nachhaltigkeit diskutiert wird, weil es ja wirklich so ist, dass, ja was weiß ich, ein Scheinwerfer, der aktuell neu ist, der wird dann ganz, ganz oft eingesetzt, weil er wie gesagt neu ist und vielleicht neue Funktionen hat, aber ein Jahr später kommt vielleicht das Nachfolgemodell oder irgendwas und plötzlich, ja braucht Lichtdesigner XYZ plötzlich genau diesen neuen Scheinwerfer und der alte ist im Endeffekt hinfällig. Deswegen ist es ja auch häufig so, dass das manche Eventdienstleister auch ein bisschen gucken und sich vor Neuinvestitionen ein bisschen scheuen, weil sie einfach sagen, okay, wenn ich jetzt darin investiere, dann muss das wirklich aber auch in den nächsten zwei, drei Jahren ein Reinvest sein und ja, danach wird es im blödesten Falle weggeschmissen oder irgendwie, ja, verschrottet und da ist es natürlich total cool, wenn man sagt, hey, wir konzipieren jetzt eine Show, die ist jetzt erst mal geplant für zehn Jahre und da wird aber auch jetzt nicht das Neueste sozusagen angeschafft und gerade das Mischpult, was du ansprichst, ich glaube, das war ja eine Avid Venue, was wirklich ein Pult ist, was in die Jahre gekommen ist, was aber definitiv noch funktioniert. Also das siehst du ja auch trotzdem noch bei manchen Shows. Viele setzen mittlerweile auf die SXL, also das neuere Avid Pult. Aber wie gesagt, ich finde es total super zu sagen, nee, warum sollen wir jetzt irgendwie, nur weil es was Neues gibt, da rein investieren? Das machen wir eben nicht. Und ja, man muss ja auch sagen, wenn du da irgendwie einen Vertrag für zehn Jahre hast als Techniker, du gewöhnst dich ja auch an Pulte, an Arbeitsweisen und so weiter. So wenn dann natürlich irgendwie dann plötzlich gesagt wird, ach übrigens, hier gibt es was Neues, das stellen wir dir jetzt hin, dann musstest du dich ja wieder einarbeiten, was wahrscheinlich auch nicht so der Hammer wäre. Ja, deswegen ist es eigentlich schon echt ein ziemlich cooles Konzept, was sie da fahren. Ja, was ich auch sehr interessant fand, war, dass die zwar eine riesige Zirkusstadt haben, also ich glaube, es waren irgendwie 70 Trucks, 80 Trucks, keine Ahnung, mit ausfahrbaren Office Trucks und Waschmaschinen, einer eigenen Schneiderei und so weiter. Aber sowohl die Angestellten als auch die Artisten haben nicht dort gewohnt, sondern die haben in Hotels oder Airbnbs in der Nähe gewohnt. Und das ist ja auch sehr ungewöhnlich für eine Tour, dass man wirklich irgendwie Kontakt mit der Stadt hat und nicht einfach in seinen Trailer geht und gut ist. Ja, cool. Aber sehen die sich selber als Zirkus? Weil ich hätte Cirque du Soleil niemals als Zirkus angesehen. Also ich hätte es jetzt auch nie so bezeichnet oder betitelt. Ja, doch. Also es ist halt ein anderer Zirkus, aber es gibt Clowns zum Beispiel, das Artistenzelt. Es ist wie ein Fitnessstudio, nur dass wirklich jeder krass trainiert aussieht. Okay. Total abgefahren. Also so wie du. Ja, ja, hier, krass definiert. Herrlich. Aber hast du gesehen, dass die irgendwie in diesem 3D-Drucker irgendwas nachgedruckt haben oder wo du zu Besuch warst, mussten sie gerade nichts neu machen? Nee, also sie haben ihn mir gezeigt, aber es war jetzt gerade akut kein Teil, was sie brauchten. Aber die haben da generell etwas seltsame Politik, was sie mir zeigen und was nicht. Also sie haben mir teilweise auch total ausführlich Sachen gezeigt. Ich habe sie fotografiert und dann haben sie mir drei Meter weiter gesagt, ja, das kannst du bitte nicht zeigen. Ja, läuft. Oder haben mir Proben gezeigt. So ich habe mir da einen abfotografiert und dann hieß es, ja, nee, das ist noch nicht Teil der Show. Das fliegt raus. Also bringt dir nichts. Ja, das ist halt manchmal so ein bisschen, das ist ja auch bei irgendwelchen Zaubershows oder so, wo man ja sagen könnte, ey, mach da keine Fotos von, weil das ist halt ein Zaubertrick, wäre ja auch alles cool. Aber das ist ja ganz häufig auch so der Fall, dass dann halt gesagt wird, nee, ihr dürft gar nicht drüber berichten, weil da könnte ja irgendwas passieren. Das ist halt immer ein bisschen strange. Aber nochmal ganz kurz zurückzukommen auf das 3D-Druck, auf den 3D-Drucker, weil ich war jetzt letztens hier in der Nähe von Dresden bei einem Unternehmen zu Besuch, die ja was Ähnliches machen, aber mit Metall. Die drucken quasi, ja, die, die, da kannst du halt alles bei denen ordern, was die quasi aus Metall gießen. Gießen machen sie es ja nicht. Es ist wirklich ein Metalldruck. Und da habe ich halt auch gefragt, so von wegen, naja, ob das denn jetzt irgendwie, also warum die das machen, ob das jetzt, weil es gibt ja die 3D-Drucker und das war sehr, sehr, sehr interessant, weil, also erstens, natürlich reden wir hier von Stabilität, die halt einfach gegeben ist, die sonst nicht gegeben ist bei Metall, äh, bei Plastik und bei Metall ist es halt einfach viel, viel robuster. Ja. Und vor allem können die wirklich Millimeter kleinste Kanäle zum Beispiel auch mit, mit drucken, was halt mit Plastik nicht geht, weil du da halt so eine gewisse Toleranz hast und das ist halt bei Metall, die machen das in einer gewissen Art und Weise oder in einem Vorgang, den es halt so, glaube ich, auch wirklich nicht nochmal gibt, der relativ einzigartig ist. Und das fand ich aber auch extrem interessant, weil die halt auch gesagt haben, ja, manchmal kommen Leute auf uns zu, die haben halt, was weiß ich, von einem Auto oder so irgendetwas, irgendein Teil, was kaputt gegangen ist, was aber ein Oldtimer ist aus den 50er Jahren und was natürlich kein, da ist halt, gibt es keinen Ersatzteil mehr. Du kannst es auch nicht irgendwie, ja, nachbestellen, nachmachen und die können das dann halt quasi, ja, mehr oder weniger drucken und das war auch super interessant, muss ich sagen. Könnte schon wieder eine ganz neue Welt eröffnen. Also, wenn, wenn sich solche Drucker verbreiten, so, auch, auch das kommerziell zu machen, also, keine Ahnung, du nennst das das Beispiel Autowerkstatt, so, dass man halt sagt, okay, ich bestelle dieses Teil nicht mehr, sondern ich, ich kaufe mir einen Download für den 3D-Plan von diesem Teil, so, und dann kann ich das einmal drucken. Ja. So, Vorteil für den Kunden ist, die Zeit ist eine wesentlich geringere, bevor das jetzt zwei Wochen aus, keine Ahnung, Tschechien angeliefert wird und, ja, ich mein Auto wieder in die Werkstatt bringen muss und so weiter. Sagt man hier, das kostet, soll ich das kaufen? Ja, okay, dann dauert es eine halbe Stunde, das zu drucken und dann kann ich es einbauen. Wäre doch super. Ja, wenn es so einfach wäre. Wahrscheinlich nicht. Naja. Naja, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall echt interessant, auch was wir immer so erleben auf unseren Reportagereisen, weil, wie gesagt, sowas habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, dass irgendjemand einen 3D-Drucker mitgenommen hat, um auf alles Mögliche reagieren zu können. Aber wie gesagt, das zeigt dann auch mal wieder, ja, wie, 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 wie umfangreich unsere Branche ist, auf was man so achten muss, auch wenn es jetzt nicht klassisch mit Veranstaltungstechnik oder so zu tun hat und da wahrscheinlich auch kein Veranstaltungstechniker sich hinsetzt und irgendwas druckt, aber es ist ja trotzdem eine Tournee im Endeffekt und, ja, wie gesagt, dass darauf geachtet wird, ist schon, ja, schön zu sehen. Ja, generell war das super interessant, also, dass sie eine eigene Schneiderei dabei hatten, dass die da riesige Ventilatoren haben, um irgendwelche Masken, die sie, die sie nicht in Wäschetrockner stecken dürfen, einfach Luft zu trocknen und so weiter. Also, es ist schon ein abgefahrenes System. Krass. Und dann die verschiedenen Artisten so, während ich mit dem, mit dem Tontechniker gesprochen habe, ich glaube, sechs, sieben Asiatinnen auf so Hochfahrrädern, haben sich ständig Schüsseln auf den Kopf geschmissen. Sie haben halt gerade trainiert, als ich da in der Arena stand und das ist also auch bei dem Interview, was ich mir hinterher angehört habe, dann um, du hörst immer dieses Klack, weil wieder jemand eine Schüssel auf den Kopf bekommen hat. Oh Mann. Ja. Ja, sehr cool. Klingt auf jeden Fall interessant. Schade, dass die Tour abgebrochen wurde oder ganz wegfällt oder keine Ahnung. Ja, ich bin gespannt. Auch da hoffe ich halt, dass ein Großteil von den Leuten ihren Job wieder kriegen, wenn es dann wieder weitergeht. Ja. Schauen wir mal. Genau. Aber auch du warst wieder unterwegs und zwar auch etwas Ungewöhnliches. Ungewöhnliches, nämlich du hast quasi eine, mehr oder weniger eine Studiotour gemacht. Habe ich? Naja, eine Studiotour habe ich jetzt nicht wirklich gemacht, aber wir haben ein Interview über ein Studio, weil wir gesagt haben, okay, wir berichten halt immer über Live-Events und so weiter. Da wäre es natürlich auch mal interessant, über Studios, Studiotechnik und so weiter zu reden oder sich zu unterhalten. Und ich hatte bei der Tournee von Silbermond den Tony Leutsch, Anton Leutsch, Tony Maloney, kennengelernt, der dort als zweiter FOH-Mischer mit unterwegs war. Und der hat selber ein Studio in, ich glaube, in der Schweiz oder in Österreich? Nee, Österreich war es, genau. Und genau, den wollte ich eigentlich besuchen, um mir das Studio genauer anzugucken. Dann kam aber ja das Reiseverbot und so weiter. Und deswegen wurde das Ganze dann ein Telefoninterview mit, beziehungsweise ein Skype-Interview, damit man sich auch diverse Dinge angucken konnte. Und das war aber wirklich auch interessant, weil es halt auf der einen Seite eigentlich eine komplett andere Welt ist als Live, auf der anderen Seite dann wiederum nicht. Also irgendwie ist es da, klar, es geht immer um Audio-Technik, es geht immer ums Mischen und Aufnehmen oder um irgendwie guten Sound erstellen. Aber trotzdem ist ja die Studio-Welt noch mal eine andere als die Live-Business-Welt. Ja, ich stelle es mir so vor, im Studio kannst du halt ganz viel im Nachgang machen. Also kannst nachregulieren, nachbessern, in Ruhe an den Reglern drehen. Bei Live-Dingen muss es ja immer on point sein. Und du musst halt jeden Tag mit anderen Umständen leben, während du im Studio dein Studio so bauen kannst, ist, dass du jeden Tag immer dieselben Voraussetzungen hast. Ja und nein. Also Nummer eins, das Thema Zeit. Also auch das ist natürlich, wird im Interview thematisiert, weil du im Studio natürlich irgendwo mehr Zeit hast, diese ganze, ja, den perfekten Sound, sage ich jetzt mal, zu erstellen. Also wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest jetzt unbedingt, dass dieser Sound so und so klingt, dann kriegst du es natürlich auch hin, wenn du dir ganz viel Zeit lässt, diesen Sound so zu mixen, zu erschaffen, wie auch immer. Das hast du live natürlich nicht. Da hast du einen Soundcheck und dann muss es halt klappen, spätestens zur Show. Da hast du jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, naja komm, ich setze mich jetzt hier aber trotzdem mal einen ganzen Tag hin und versuche daran rumzudrehen. Auf der anderen Seite hat der Toni auch erzählt, dass auch im Studio, das natürlich immer knapper wird, die Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich unendlich viel Zeit hat, weil Studiozeit kostet natürlich auch Geld. Das bedeutet, da guckt man natürlich drauf, wie macht man es jetzt am besten. Aber es ist definitiv, hat Vorteile gegenüber live. Weil lass es alleine, entweder du selber oder auch die Band, wenn du live unterwegs bist, musst du jeden Abend oder zumindest wenn das Konzert ist, musst du auf die Bühne. So, wenn du jetzt am Vorabend, was weiß ich, zu tief ins Glas geschaut hast oder du hast halt einfach Schnupfen oder du fühlst dich einfach irgendwie mal nicht so gut, dann musst du live trotzdem auf die Bühne und musst deine Show abliefern. So im Studio kannst du zur Not sagen, hey Leute, mir geht es heute echt nicht so gut, lass uns bitte mal diese Aufnahme-Session einfach um den Tag verlegen. Und genauso geht es mit einem Mischer natürlich auch. Wenn es dem mal nicht gut geht, dann kann er auch im Studio sagen, hey Leute, wir lassen das heute. Aber das geht halt live einfach mal nicht. Deswegen, ja, gibt es da natürlich, glaube ich, so die größten Unterschiede. Ja. Ja, und du musst ja deswegen nicht den kompletten Studiotag canceln. Du kannst ja sagen, okay, der Bassist, der hat 40 Fieber. Okay, dann nehmen wir halt eine Drumspur auf und schon mal die Backing-Vocals und so weiter. Das geht natürlich live nicht. So, wenn da der Bassist fehlt, dann fehlt was. Ja, obwohl man da auch sagen muss, das ist natürlich immer die Art und Weise, wie du das Studio betreibst beziehungsweise wie du die Aufnahmen machst. Also beim Tony zum Beispiel ist es so, dass der sagt, er macht halt immer nur Live-Aufnahmen. Also live, sage ich jetzt mal nicht im Live-Business, sondern wenn wirklich alle zusammen sind, alle im Studio sind und alle gemeinsam sozusagen musizieren, weil er sagt, da kommt halt der beste Sound bei rum, dann fällt dein Argument eigentlich weg, weil wie gesagt, dann geht das natürlich nicht. aber ich denke auch, beziehungsweise es ist ja so, beim Großteil, dass wirklich einzelne Spuren aufgenommen werden, dass quasi der Drummer irgendwie seinen Part einspielt, der Bassist und dann kommt der Gesang drüber und dann wird alles zusammengemischt am Ende. Dann kann man es natürlich, wie du sagtest, schon so aufteilen, dass man sagt, hey komm, wir singen heute jetzt erstmal und wenn es dem Bassisten nicht gut geht, dann macht er das halt morgen. Aber das ist halt immer ganz unterschiedlich, wie man halt wirklich seine Aufnahme-Sessions macht. Auch das wusste ich zum Beispiel vorher nicht, weil ich habe mich ehrlich gesagt mit Studio noch nicht so groß beschäftigt. Und ja, dass es da halt auch unterschiedliche Arten gibt, wie man sowas überhaupt, wie man da rangeht, wie man das, wie man mischt, ob man Einzelspuren aufnimmt und die dann zusammenmixt oder alle zusammen. Aber wie gesagt, das gibt es halt alles. Ja. Hat er dir denn ein bisschen was zum Aufbau vom Studio erzählt, worauf man da achten sollte oder worauf er geachtet hat? Genau. Also er hat wirklich sein Studio auch selber gebaut. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie sich dachte, ha cool, ich will jetzt hier auch Studiomucker werden, also gehe ich irgendwo ins Studio. Sondern er hat wirklich selber sein Studio ja selbst entwickelt, selbst gebaut und hatte ganz, ganz viele unterschiedliche Tipps. Wie gesagt, ich will da jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil da geht er auch sehr stark im Interview drauf ein. Also könnt ihr gerne nachlesen in der Ausgabe 5.2020 vom Event Rookie. Aber so ein paar Dinge, die ihm, und das ist mir im Interview ganz deutlich geworden, weil es geht für ihn ganz, ganz häufig um so Wohlfühlcharakter und darum, dass man selber sich wohlfühlt und mit dem, wie man es macht, was man macht, einfach glücklich ist und damit halt auch, ja, klarkommt und ein gutes Ergebnis erzielt. Deswegen hat er zum Beispiel, ja, eine Couch mit in seinem Studio drin und Sessel und hat auch da, wo sozusagen sein Mischerplatz ist, auch einen großen Fernseher, um zu sehen, was passiert jetzt in der Studiokabine sozusagen. Und das ist für ihn ganz wichtig, dass er sich wohl in seinem Studio fühlt. Er hat auch Tapeten, was weiß ich, an der Wand, die, ja, ist halt Geschmackssache, aber wie gesagt, er fühlt sich da drin halt wohl. Und darauf kommt es halt wirklich an, dass man, wenn man ein Studio selber baut, dass man guckt, die Band muss sich gut fühlen oder sie muss glücklich sein, man selber muss sich gut fühlen, weil sonst, wenn man nur mit Krampf daran geht, ich glaube, dann wird es halt auch echt schwierig, weil so ein Sound natürlich auch so ein bisschen, ja, von der Seele des Mischers sozusagen lebt und die Band muss halt auch gut drauf sein. Ansonsten dienen natürlich so diese ganzen Requisiten, die er zum Beispiel in seinem Studio hat, haben auch noch einen praktischen Sinn, also nicht nur, dass es gut aussieht und vielleicht eine Couch ganz gemütlich ist, sondern er hat halt auch gesagt, das ist natürlich, das nimmt halt viel Reflexion weg. Also er hat auch viele Ecken irgendwo in den Wänden mit drin, dass es halt jetzt nicht alles gerade Linien sind, sondern dass er viele Dinge drin hat, auch Pflanzen, also Palmen oder ähnliches, die einfach den Schall natürlich auch nochmal ein bisschen absorbieren, damit halt wirklich keine Reflexion, kein Störschall oder irgendwas da ist und damit dann wirklich das bestmögliche Soundergebnis, Erlebnis am Ende bei rauskommt. Was er auch noch gemacht hat, das fand ich sehr interessant, ist zum Beispiel, dass er zwischen seinem Aufnahmeraum und der Studiokabine, da müssen natürlich auch irgendwelche Kabel hin und her geführt werden und er hat nicht einfach nur ein Loch in die Wand gemacht, sondern er hat quasi eine, sowas wie eine Art Sandtunnel gemacht. Also er hat wirklich einen Tunnel zwischen dem einen Raum und dem anderen Raum, der ist komplett mit Sand gefüllt und da führt er quasi die Leitungen durch, weil erstens natürlich auch über Kabel und Leitungen Störschall mit übertragen werden kann. Dann hat er so natürlich die Möglichkeit, die Kabel zwischendurch auch immer mal wieder relativ einfach auszutauschen, wenn er mal irgendwie andere Kabel braucht. Und der Sand ist natürlich auch nochmal darum, diese Störschallgeschichte halt einfach wegzunehmen, weil wenn er einfach nur ein Loch in die Wand gemacht hätte und das durchführt, dann kann halt wieder sein, dass das Schallpegel oder Sounds dazukommen, die er gar nicht haben möchte. Und das ist, glaube ich, relativ ungewöhnlich, so einen Sandtunnel, so eine Sandbrücke quasi da drinnen zu haben. Aber ich fand es halt echt eine ziemlich coole Idee, die man auch relativ einfach selber umsetzen kann, weil irgendwie muss man ja eh die Kabel vom einen Raum in den anderen reinführen. Ja, das ist eine relativ smarte Lösung. Ich meine, das weiß ja jeder, wenn man in Rohr spricht, wie das heilt so. Also das ist schon mal das eine. Und ich weiß von Firmen, die für ihre Netzwerkkabel Kabelschächte hatten und die dann mit so Brandschutzschaum ausgefüllt haben und der verhärtet. Das heißt, du verlegst deine Kabel und wenn du, sobald du irgendwie was ändern willst, musst du da alles aufklöppeln. Und mit Sand ist das eine sehr elegante Lösung eigentlich. Ja, nee, das fand ich auch. Und wie gesagt, ansonsten gibt es natürlich noch viele Dinge, auf die man achten sollte beim Bau oder beim Mischen im Studio. Aber wie gesagt, da kann man sehr, sehr viel. Also es ist auch ein super langes Interview geworden, weil wir einfach auch viel oder eher viel zu erzählen hatten. Es war auch wirklich ein schöner Skype-Call, weil ja, da kommt dann das eine zum anderen. Das ist ja bei mir sowieso so, dass ich, wenn ich Interviews mache, relativ selten einen Fragenkatalog habe oder so, sondern eher so nach dem Motto, na ja, viele Fragen ergeben sich einfach im Gespräch. Und so war das da halt auch. Da kam das eine zum anderen und dann erzählt er darüber, wie er seine Mikrofonauswahl macht. Und dann fragt man natürlich auch nochmal, okay, aber wie ist das dann mit Lautsprechern? Und so kommt dann vieles zusammen. Und ja, es ist auch wirklich faszinierend zu sehen, dass gerade er ja auch wirklich diese Verbindung zwischen Live und Studio hat. Und dass es wirklich an manchen Teilen komplett unterschiedlich ist, also gerade was Equipment oder so angeht. Ich meine, im Live-Bereich, da hängst du halt an einem Mischpult und machst darüber deine Mischung. Und im Studio-Bereich ist es dann doch eher so der Software-Bereich, dass du mehr am Rechner sozusagen mischt, obwohl er trotzdem natürlich auch noch eine Fader-Bank sozusagen hat, weil er auch vom Live quasi gewohnt ist, mit Fadern zu arbeiten. Und damit kann man natürlich nochmal viel machen. Aber trotzdem sieht so ein Studiomischplatz komplett anders aus als ein Live-Mischplatz. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Gemeinsamkeit, dass es immer darauf ankommt, einen guten Sound zu mischen. Also einen Sound, der einem selber gefällt, der dem Publikum gefällt, der der Band gefällt. Und das ist egal, ob Live oder Studio. Das ist halt das Nonplusultra, das mal gucken muss, dass man irgendwie eine Mischung hergestellt bekommt, die vielen Leuten gefällt. Was ich da auch noch total interessant fand, war zum Beispiel, dass man mittlerweile ganz, ganz viele unterschiedliche Mischungen machen muss. Also man macht eine Grundmischung sozusagen, muss dann aber gucken, dass man das halt für Spotify wird es anders rausgeschrieben, als für iTunes. MP3 ist auch nochmal was anderes. Für eine CD brauchst du auch was anderes. Für eine Vinyl brauchst du auch was anderes. Das sind zum Beispiel so Sachen, die habe ich vorher auch nicht gewusst. Ich dachte, okay, Spotify und iTunes und wie sie alle heißen, das ist halt alles MP3 und fertig ist. Aber nee, die haben mittlerweile komplette Codecs, die sie vorgeben, wie, wo, was da drin sein muss. Und deswegen hat er in seinem Studio zum Beispiel auch wirklich auch noch einen alten CD-Player. Der hat auch trotzdem einen Rechner mit normalen Lautsprechern oder Boxen, um einfach abzuhören, okay, wie klingt das jetzt auf den unterschiedlichen Medien. Und das ist, wie gesagt, ja, ich fand es gut. Ich hatte auf der ProLight, bin ich mal an einem Workshop vorbeigegangen, als ich auf dem Weg zum nächsten Termin war und hatte dann nur mitbekommen, wie halt auch jemand seinen Mix erklärt hat und dann auf die einzelnen Frequenzen eingegangen ist und dann gesagt hat, so, ja, hier, das hörst du normalerweise nicht, aber wenn du die Frequenz anhebst, so merkst du gar nicht, aber wenn jemand mit dem Smartphone hört, dann knallt es. So, also dann klingt das richtig fett auf Smartphone-Boxen, also auf dem niedrigsten eigentlich, was man nutzen kann so, aber quasi, dass man sich da auch noch Gedanken drüber macht, so, ja, viele Kids hören es nur auf ihrem Handy. Ist zwar schlimmer Sound, aber ich muss es halt so mixen, dass es dann auf dem Handy auch noch fett klingt. Ja, aber das ist halt das Schlimme an der ganzen Sache, finde ich, dass sich natürlich, ja, dadurch erstens ein Gehör auch extrem ändert und extrem beeinflusst wird, als auch, dass, ja, dass man da eigentlich gar nicht mehr richtig, so richtig Qualität hören kann, weil, wie gesagt, wenn ich mir überlege, dass man früher, konnte der Lautsprecher nicht groß genug sein, über den man gehört hat und man hat wirklich viele Nuancen rausgehört und jetzt haut man sich irgendwie die kleinen Kopfhörer ins Ohr oder hört halt ganz, wenn es ganz schlimm ist, wirklich über irgendwelche Handy- und Smartphone-Lautsprecher oder über irgendwelche Boomboxen. Das ist halt einfach ein ganz anderes Hör- und Gehörerlebnis und, ja, man kann nur hoffen, dass es trotzdem noch genügend Leute gibt, die sich mit gutem Sound beschäftigen wollen und machen, damit es halt das nicht komplett ausstirbt, weil sonst gibt es irgendwann nur noch, ja, solche Mixe. Ja, wir kommen halt noch aus der Generation, wo manche Kameraden noch die Rückbank aus dem Auto ausgebaut haben, damit das Auto-Equipment auch genug Platz hat. Aber es ist, es ist halt wirklich so, also vor allen Dingen sollte man eine Beständigkeit haben, so, also es, jeder sollte ja irgendwie in seiner Preisklasse bleiben und nicht übertreiben, aber quasi, wenn du dir Equipment angeschafft hast, so, dann bleib auch eine Weile dabei. Jetzt beim Smartphone so, du, wahrscheinlich holen die meisten alle ein, zwei Jahre ihr neues Smartphone so und das klingt dann wieder anders so, aber halt, um Musik als Referenz zu haben, um auch zu wissen, wie die klingt, sollte man halt immer sein, sein Referenz-Audio-Equipment haben, damit man dann wirklich auch beurteilen kann, wie ist denn der Mix? Weil, wenn ich mir dann jeden Tag einen anderen Kopfhörer aufsetze, wie soll ich ein Gefühl dafür entwickeln, ob jetzt was gut gemixt ist oder nicht? Ja, das war auch im Endeffekt so mit, mehr oder weniger sein Grundtenor, dass jeder für sich auch wirklich so Referenz-Songs haben muss, wo er genau weiß, okay, so soll der klingen oder so finde ich, klingt der gut und dann kannst du natürlich mit diesem Song, ja, egal auf welchem Lautsprecher, du weißt dann einfach, wie soll der klingen und das, wie gesagt, war ihm auch extrem wichtig und auch gerade, was du sagtest mit dem Equipment, ich meine, der Tony, der nutzt halt immer noch Lautsprecher, die sind teilweise 10, 15 Jahre alt, die sind aber einfach gut und da weiß er einfach, wie es klingen muss und auch bei diesen ganzen Referenz-Songs zum Beispiel sagt er auch, wenn man irgendwie, man hört ganz viel Unterschiedliches, man hört auch natürlich, mal auch als Studiomischer, hört man mal irgendwie, was weiß ich, über seinen Telefon, über Kopfhörer, über irgendwas, dass er sagt, dass das A und O ist eigentlich ab und zu mal immer wieder so, was weiß ich, lass es einmal im Jahr sein oder einmal in zwei Jahren, so seine Ohren wieder rein spülen quasi, dass man wirklich sagt, okay, ich höre jetzt meine Referenz-Songs auf einem Referenz-Monitor oder auf einem Referenz-Lautsprecher und mach dann meine Ohren quasi wieder so ein bisschen sauber und weiß, okay, so und so muss es klingen und dann ist man auch wieder mehr oder weniger in der Spur drin und das ist eigentlich echt ein guter Tipp, finde ich, weil es hat bestimmt jeder, gerade Live-Audio-Mischer, wenn du da irgendwie teilweise durch die Soundchecks gehst, wenn wir bei Reportagen sind oder so, du hörst halt meistens die gleichen Songs und wenn du die Leute kennst, die da mischen und es sind immer die gleichen, hörst du beim Soundcheck auch immer die gleichen Songs und das ist nicht etwa, weil sie nur eine CD haben, sondern es liegt einfach daran, weil sie genau wissen, okay, der Song oder dieser Sound-Pfeil muss so und so klingen, also nehme ich immer wieder das Gleiche, um genau zu wissen, wie klingt diese PA in dem Raum oder wie muss sie klingen, wie muss ich sie einstellen und das ist, wie gesagt, glaube ich, als Audio-Mischer extrem wichtig, das genau so quasi zu machen. Aber da haben wir dann abschließend doch wieder die Parallele, quasi den Referenz-Sound raushören, das hat man sowohl im Studio als auch im Live-Bereich. Ja, wie gesagt, das ist wirklich in diesem Interview faszinierend, dass es eigentlich entweder nur kompletten Gegensatz oder komplette Gleichheit sozusagen gibt. Also entweder es gibt Sachen, die sind live und im Studio eigentlich ziemlich identisch oder es gibt Dinge, die sind halt komplett unterschiedlich, aber so eine Sache, dass man sagt, ach na ja, das kann man live so machen, aber vielleicht auch im Studio so, das kam jetzt da echt nicht bei rum und das finde ich halt schon wieder schön und faszinierend und toll zu sehen, dass man wirklich sagen kann, hey, wenn du im Studio mischen kannst, dann kriegst du es wahrscheinlich auch hin, ein ordentlicher Live-Mischer zu sein und andersrum wird es aber auch irgendwie gehen und das ist vielleicht auch wieder eine Perspektive gerade in den jetzigen Zeiten, dass man vielleicht als Audio-Mischer, wenn man jetzt gerade live nicht ganz so viel zu tun hat, sagen kann, hey, weißt du was, vielleicht gucke ich mal, vielleicht so ein kleines Studio machen oder wenigstens erst mal zu Hause ein bisschen rumtesten und rumspielen ist vielleicht auch eine Alternative. Da bin ich ja tatsächlich auch sehr gespannt, ob denn kreativer Output dann nach Corona sehr zu spüren sein wird, weil für die Künstler ist es ja so, man hat ihnen ja die letzten 15 Jahre wahrscheinlich gesagt, so ja, mit CDs kannst du kein Geld mehr verdienen, aber mit Touren ist super, aber die müssen ja jetzt eigentlich auch die Gelegenheiten nutzen, um neuen Content zu kreieren, weil jetzt haben sie Zeit, sie können jetzt ins Studio gehen, sie können jetzt schreiben, ich meine, es passiert ja politisch auch viel, mit denen man sich irgendwie beschäftigen könnte und ja, und um dann hinterher wieder Neues für die Live-Präsentation zu haben. Ja, also das kann natürlich auch genau die gegensätzliche Richtung sein, dass die Leute jetzt so unkreativ sind, einfach durch diese ganze Situation und dass man auch von den Medien so, ja, Corona-mäßig zugeballert wird und die ganze Situation schon echt für viele sehr hart ist, dass dann vielleicht Kreativität so gar nicht angebracht oder angesagt ist und dass man gar nicht kreativ werden kann. Ja, oder es ist halt so, wie du sagtest, dass dann wirklich so viel auf uns einströmt, irgendwann CD-mäßig, Sound-mäßig, ja, dass es echt eine spannende Zukunft werden könnte. Ja, da hatte ich mit dem Bekannten vor kurzem auch eine Diskussion, weil hier dieser Spruch aufkam, das Buch, was ich immer schreiben wollte, wenn ich mal in Rente bin oder so, wenn ich es jetzt nicht geschrieben habe, werde ich es nie schreiben und er hat halt gesagt, nee, vielleicht haben wir gerade den Kopf so voll mit anderem Mist, dass es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, um das zu erledigen, was man schon immer mal erledigen wollte, wenn man Zeit hat. Ja. Weil man halt einfach kopfmäßig nicht so weit ist. Ja. Ja, es ist, alles, was mit Kreativität zu tun hat, ist halt echt schwierig. Also, ich meine, am Ende des Tages ist ja das, was wir machen, also die Reportagen schreiben und so weiter, hat ja auch was mit Kreativität zu tun, weil man sich ja doch irgendwie, ja, eine spannende Geschichte oder zumindest irgendwas aus dem Kopf und aus den Fingern saugen muss, was halt interessant zu lesen ist und das merkt man natürlich auch in der jetzigen Zeit, dass das irgendwie schwieriger ist, da klare Gedanken zu fassen, als es vielleicht sonst möglich ist und das ist, ja, wenn man kreativ arbeitet, ist es immer schwierig, wenn äußere Einflüsse oder irgendwas einen daran so ein bisschen hindern. und deswegen, ja, wie gesagt, wenn der Kopf nicht bereit ist, dann ist er nicht bereit, Ende passt da aus. Das hat mit Zeit, wie du schon sagtest, relativ wenig zu tun, sondern man muss halt wirklich, ja, den Kopf, die Lust und die Muse dazu haben. Ja. Bin ich froh, dass wir doch schon wieder über eine Stunde Content kreieren konnten. Ja, ich hoffe auch interessanten Content. Kommt ja nicht immer drauf an, viel zu machen, Hauptsache die Leute sagen, hey, das war mal wieder eine Folge, wo ich mit leben konnte. Genau, abschließend, Leute, denkt dran, unser kleines Experiment vom Anfang, sagt zwei Leuten Bescheid, die sich diesen Podcast, diese Folge hier bitte auch anhören und dann gucken wir mal, wie exponentielles Wachstum funktioniert, ob wir hier, ja, Spotify, iTunes und alles Mögliche sprengen können. Ich sage danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe zu danken. Ich werde jetzt im Anschluss überlegen, wer denn meine zwei sind und dann sehen wir uns bald wieder. Ja, so machen wir das. Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschöö.